Hehehehe Hehehehe Hehehe 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 Hey Leute, was geht? Ich spiele heute den Kalkubi Simulator Leider alleine ohne Ente Hehehehe Kein was geht, es tut mir so leid Leute Okay Leute, ich spiele heute wirklich richtig coolen Modus Ihr seht das, ich kann ja erstmal ein bisschen Coins sammeln Dies, das Und das ist ein Spielmodus, glaube ich sogar aus Roblox in Minecraft umgesetzt So, wir müssen ja erstmal die ganzen Coins sammeln Ihr seht die hier auf dem Boden Wir sammeln die ein, die haben schon 500 Stück, oha Ihr kommt gut voran, ihr kommt gut voran Oh, was liegt denn da? Ich hab echt keine Ahnung, wie das geht Ich hab jetzt gerade frisch runtergeladen Okay, was ist das? Lol Jetzt haben wir richtig viele Coins gegeben 400 oder so Let's go Okay, ich mach, glaube ich, hier die 1000 voll So, ab 1030 So, was können wir jetzt kaufen? Hier haben wir irgendeinen Typ Er verkauft eine Pig Bubble für 500 Dollar Ich hab 1030, dann kann ich, glaube ich, kaufen So, wie hab ich das jetzt gemacht? Bei Hier steht Beigaben So, ich klick Lol, ich hab Kaugummi Aber ist ja richtig klein Was ist das? Sammeln wir weiter auf? Kann ich damit doch irgendwas machen? Warte, ich drück mal rechts Klick Ah, ist wohl klein mal und langweilig Hä? Ich hab's gegessen, glaube ich Ist weg Hier ist es, hä? Hier ist die in der Luft Warum? Kann ich damit machen? Ah, okay Wir kriegen jetzt erstmal Ihr seht es Ich hab die Bubblegum in der Hand Doch, die kleine Ich glaub, die wird riesengroß heute Und ich sammle viel mehr Coins Seht ihr das? 100 hab ich dazu bekommen Wieder 100 Ah, aber ich seh gerade Ich krieg, guck mal, was passiert Wenn ich jetzt aufsammel Oha Okay, Leute So kann ich auf jeden Fall schon mal richtig gute Coins sammeln Hab schon 2000 Das geht ja jetzt ultraschnell Dann können wir uns gleich diese Spot-Eier holen Dann kriegen wir Haustiere Womit wir dann noch mehr Geld farben können Das wird ultra heftig, Mann Let's go Jetzt schon 3000, Alter Ich laufe hier einfach durch Und ich werde einfach reichen, Mann Wie geil ist das? So, 4000 So, jetzt gucken wir wieder in den Shop Kann man doch eine kaufen, oder was? Change Bubblegum Wie denn? Wie mach ich das? Oha, hier gibt's teurere Gutes Wort Gibt's eine für 1000 Okay, die nächste kostet 2500 Können wir auch holen? Die für 5000 Oh mein Gott, die können wir gleich holen Okay, lass schnell Geld sparen Gleich haben wir die Hier ist jetzt unsere letzte Oh, ich krieg' Kugat Ich muss schon essen Oh, oh Ich muss Essen kaufen Ich muss Essen kaufen Ey, hier ist Pizza Jammen Gib mir Pizza Let's go Komm, nice Wie viel geben wir eine Pizza? Oh, ich esse die Wie cool sieht die aus? Das gibt ja ultra wenig Ey, da muss ich voll viel Geld ausgeben Zack Immer nur drei Hungerbalken Easy Komm, esst Da bin voll Warum hat man durchgehend Hunger? Richtig blöd Egal Ach, wir haben Hunger, weil wir nur Kaugummi essen Ah, das ist schlau Wir kauen, kauen Wir täuschen unseren Körper vor Dass wir gerade essen Aber da kommt gar nichts in meinen Magen rein Aber Leute, ihr seht hier doch die Bambel Die ist doch ganz klein So, ich mach jetzt 5000 voll und dann geh ich in den Shop Okay, wir haben 5100 Jetzt können wir die schon mal kaufen So, let's go Bye, gum Oha, ist die jetzt größer? Nein, aber die hat eine andere Farbe Die ist dunkler Oh mein Gott, Leute Mal gucken, wie viel ich jetzt hier getroffen habe Oh, oh, ich hab die gerade platziert Oha, guck mal, wie groß die ist Ich hab gerade rechtsklick gedrückt Oh mein Gott Ähm, jetzt ist mein Geld aber weg Ah, ich kann wieder aufheben Let's go Hier, Leute, ich gehe rein Und gib mir die wieder Habt die wieder Oh mein Gott, nice Okay, dann lass erst mal nochmal Coins sammeln Dies, da ist da Oha, da oben sind zwei Bambelgums Die können wir uns holen Die geben ja extra Coins immer Zack, danke schön Komm ich hier hoch Ich muss hier hoch schwimmen Okay, Leute Auf jeden Fall bis jetzt schon mal Ultralis Ihr seht da vorne Hier ist doch die kleine Bambel Kann ich die auch wieder mitnehmen? Ich versuch mal, ich versuch Ja, konnte die auch wieder nehmen Okay, habt gesehen, wie klein die war Und wie groß die ist Aber Leute, es wird immer weitergehen So, wie teuer sind hier die Eier? Wir können die Eier kaufen Damit sich das Eis verschneller Die kosten schon 15.000 Und die kosten 2.000 Dann kauf hier mal das Ei Das Essen brauchen wir nicht Oh mein Gott, was kriegen wir aus dem Ei uns? Lol Was da, ist ein Panda, oder? Was geht? Ich habe jetzt einfach einen Panda Der ist irgendwo weggelaufen Der versteckt sich dahinten Da bist du Was geht, Bruder? Was geht? Okay, wenn ich das jetzt auf meinen Kopf anziehe Lol So, ah, jetzt sehe ich wie groß die ist Oh mein Gott, ich war die ganze Zeit so dumm Ich habe alles falsch gemacht Jetzt habe ich die einfach auf dem Kopf Die Seifen Äh, was ist die Seifenblase? Und ich kriege gerade richtig schnell Kosten Leute, ihr seht ja schon 7.000 Okay, jetzt wähle ich 8.700 Oha, jetzt schon 10.000 Das geht ja jetzt ultra schnell Wie können wir gleich das nächste Ei holen? Oh mein Gott, nice 12.000 14.000 Okay 15.000 kostet das nächste Dann mache ich jetzt die 15.000 voll Dann holen wir uns das nächste Ei Und wir brauchen Essen unbedingt Hol ich jetzt auch So, wir haben genug für Essen da auch Jetzt können wir uns unendlich Pizza holen Was gibt es hier eigentlich? Hier kann man, glaube ich, nichts kaufen Erstmal hier ein bisschen Pizza kaufen Zack Bis 15.000 So, perfekt 14 Stück Es geht schneller durch Weil wir verlieren richtig viel Hunger Oha, das nächste Ei kostet schon 30.000 Das können wir uns ja auch bald leisten Oder warte mal, gucken wir doch mal Wie viele Bubblegums es hier gibt? Es gibt einen für 7.500 So ein Glücksbringer Und das ist der Allerteuerste, oder was? Und der verdreifacht das Geld Oh mein Gott Okay, Leute, die holen wir uns gleich Aber erstmal will ich hier ein Ei-Opening machen Let's go Äh, wo muss ich klicken? Hier Hab ich gekauft? Die hab ich Oh mein Gott Was kriegen wir aus Let's go Und? Hä? Was ist das? Ein Igel Äh, das ist Sonic Oder? Das ist doch Sonic Doch, der hat die roten Schuhe Das ist einfach Sonic Leute Einfach Babysonic Nice Jetzt müssen wir, glaube ich, noch mehr Geld machen Oha, habt ihr es gesehen? 1000 Coins mit einer Berührung Obwohl, hatten wir auch eben, oder nicht? Äh, egal Ihr seht auf jeden Fall hier, wie groß noch meine Bumblegum ist Leute, die wird noch größer Ihr werdet staunen Ich werde mir die größte Bumblegum holen Ever Oha, durch die Haustiere und alles Guck mal, wie schnell ich hier Geld sammle Ich darf jetzt einfach schnell durch Und versuche mir wirklich alles zu gönnen 15.000 haben wir schon Jetzt könnten wir uns das Ei wiederholen Oder wir könnten es für 30.000 sogar schon holen Gleich Ich glaube, ich sollte das ganz schnell vollkriegen Wir machen jetzt so viel Cash Okay, 18.000 haben wir schon Irgendwie dauert das jetzt lange für die 30.000 Dann hole ich mir, glaube ich, noch ein Ei Hehe, was geht's, Sonic? Ach, und der hat mir Speed gegeben, Leute Da seht ihr das Lol Der hat mir Speed gegeben Und der hat mir, was hat er mir gegeben? Der hat mir Luck gegeben, okay Und hier steht auf der Stufe, was man alles kriegen kann bei den Tier Speed und Luck kann man den kriegen Dann gucken wir mal Wir hatten ja schon Luck 2, das ist schon mal gut Lass uns das auch mal probieren Let's go, nächstes Ei Komm, geh, 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 geh Ein Elefant Oha, was gibt er uns? Gibt er Glück? Ah, jetzt haben wir keinen Hunger mehr Oha, ist auch nice Dann müssen wir keine Pizza mehr essen Das ist schon mal gut Okay, da oben sind wir zwei große Bubblegums Die hole ich mir Weil die geben ganz viele Coins Oha, ich habe schon 3.000 Coins so schnell Zack, 4.000, 6.000 Oha, die sind ultra nice, diese Bubblegums da Hier ist noch eine Zack, schon 9.000, 10.000 Okay, lass uns die nächste Bubblegum holen So, let's go Change Bubblegum Nee, wo ist die teuerste? Das ist hier erstmal die teuerste 7.500 So, hab ich die gekauft Aber warte, ich hab mir voll viel übersprungen Hier, die für Schreck hab ich doch gar nicht geholt Die für 5.000, die hab ich doch, oder? Ja, das hab ich Okay, die hab ich jetzt auch geholt Nice So, warte, machen wir doch mal die grüne auf den Kopf Zack So klein ist die Okay, und jetzt die Orangene Die 7.500 gekostet hat Oha, Leute, guckt euch das an Einfach ein richtig großes Kaugummi Okay, jetzt kann ich mir wieder viel aufsammeln Komm, ich will noch mehr Coins klacken, Mann Ich will das teuerste Ei holen Für 30.000 10.000 haben wir schon, Leute Ich würde sagen, ich mach jetzt die 30.000 Coins voll Und dann holen wir uns das nächste Ei Lol, das wusste ich ja gar nicht Man kann mit denen fliegen Hab ich ja jetzt gesehen Warte, ich mach es erst mit der kleinsten Stufe Ich bin grad richtig hochgeflogen, Leute Das wusste ich gar nicht Wenn ich jetzt nach oben gucke Guck mal, wie hoch ich fliege Okay, das ist doch gar nichts Hier mit dem Bambiker, mit dem Kleinen Wie hoch ich mit dem fliegen kann Leute, das ist nix Das merkt ihr Warte, die nächste Stufe war, glaube ich, die grüne hier Ja, dann gucken wir es doch hier mit Wie hoch kann ich fliegen? Oh mein Gott, hier kann ich ja auch diese Coins sammeln Ey, ich bin so doof, ne? Nein, ich fliege wieder hoch Oh, oh, oh Jetzt werde ich draufgehen Jetzt werde ich draufgehen Ah Hab überlebt, alles gut Jetzt nehme ich mal die Lila Und die ist halt noch krasser Also, wo wollen wir hin? Dahin wollen wir Schaffe ich es auf die Wolke? Easy, schaffen wir Boah, was ist das jetzt? Leute, hinten ist auch die nächste Wand gleich Vielleicht gibt es da einen neuen Jump Ey, das wusste ich gerade alles gar nicht Schnell hoch, schnell hoch Komm, schau ich das hier Easy, komm, komm, komm Oh, oh, wo lande ich? Wo lande ich? Das überlebe ich nicht, oder? Nein Egal, würde ich sagen Geben wir jetzt die Orangen Und gucken, wie hoch wir kommen So, ich gucke da hin Schaffen wir schon direkt nach rüber Oder was? Nie bleiben Oha, 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 oha Doch, wir schaffen Nein, ganz knapp, ganz knapp, Hase Okay, es war ultra knapp, Leute Aber ich weiß, wo ich ungefähr landen kann So, welche Wolke war das? Ich habe gerade eine gesehen Auf der kann ich landen Safe, auf der kann ich landen So, easy, überlebe ich? Ja, mit einem Herz Okay, jetzt warte ich kurz Jetzt nehme ich den leichteren Eine, die mich nicht so hoch bringt Warte, das war, glaube ich Die hier Die wäre nicht so übertrieben Komm, jetzt muss ich nur da hoch Schaffe ich das? Ja Oh mein Gott Wieso bin ich? Ey, hier gibt es den nächsten Gamble Store Ich bin auch so dumm, ne? LOL Guckt euch das an Für 10.000 Ich wusste nicht, dass es noch weiter geht Oha Ich dachte, das war schon das Ende Okay Oh mein Gott Hier gibt es mir 25.000 Coins Komm, wir machen die voll Dann hole ich die Ich bin dann komplett dumm, Leute Ich wusste nicht, dass es nach oben geht Mann, ich hätte mich besser informieren sollen Okay, mir 25.000 Coins Die holen wir Zack Jetzt müssen wir ja ultra schnell Cash machen, oder? Oha Jetzt kriege ich ultra schnell und viel Geld Da habe ich die für 5.000 Oha Wie groß die auch schon ist Oh mein Gott Das ist die OP Nice Dann können wir gleich weiter nach oben Ich traue mich jetzt nicht nach oben zu gucken Weil ich will überleben Obwohl hier ist Wasser Kann ich eigentlich überleben Oh ja, ja, hier ist Wasser Na gucken, wie hoch ich jetzt fliege Hä? Wieso fliege ich nicht hoch? Warte Jetzt Oh oh Ich muss gleich im Wasser landen Ich muss gleich auf jeden Fall im Wasser landen Okay, ich fliege nicht so krass hoch Da müssen wir noch mehr einkaufen Wir brauchen mehr Bubblegums Wir brauchen mehr Bubblegums Ey, komm, Gubi Oha, ich habe schon 30.000 Krass, können wir die nächste kaufen? Oder Das war die teuerste für 25.000 Leute, dann gehen wir weiter nach oben Oder wir kaufen uns erstmal unten das Ei Vielleicht kriegen wir da Glück Wie komme ich da jetzt hin? Vorsichtig landen So, schnapp ich, oder? So, wir holen uns jetzt das Ei für 30.000 Let's go Epic Egg Let's go Was kriegen wir raus? Öffne dich Wir haben einen Ja, gut Ne, was ist das? Auf jeden Fall eine Raumkatze Aber was bringt die uns? Speed Oh man, ich wollte mehr Glück Bei mehr Glück hätte ich mehr Coins bekommen Egal, lass mich wieder nach oben Warte doch nicht Warte, jetzt komme ich bestimmt mit einem Oh mein Gott Ich fliege schon hoch Ich fliege schon hoch Gar nicht gut, gar nicht gut Gar nicht gut Lande, lande, lande Oh oh Nein, nein, nein Ich komme noch weiter Ey, das ist nicht gut Das ist nicht gut Okay, ich schaff's, easy Okay, ich kann jetzt auf jeden Fall schon mal Ultraschlecken sammeln Ihr seht ja es Aber ich mache weiter, Leute Ich werde weiter durchziehen hier Wir haben ja schon die teuerste Dann können wir, glaube ich, weiter nach oben Komm, wir versuchen das Let's go Kann ich hier landen? Ich muss Oh oh Darf ich zu hoch fliegen? Nein, nein, ich fliege zu hoch Komm, ich muss hier irgendwo landen Hallo, wie hoch fliege ich denn? Ist doch nicht wahr Hallo Nein, das werde ich nicht überleben Das werde ich nicht Nein Okay, hab's, glaube ich, überlebt Easy Okay, ganz kurz Pause Erstmal vorrecken Wir schaffen es gleich in die nächste Stage Okay, da hinten, Leute Seht ihr es da oben? Okay, ich gehe da hin Ich gehe da hin Flieg doch Hallo Flieg Wo geht das nicht? Okay, jetzt aber Jetzt geht's Schneller hoch, schneller hoch Nein, nein, nein Ich hoffe, nicht feststecken Das wäre gar nicht gut Ja, ich schaff's hoch Ich werde im Wasser landen Oh mein Gott Bin ich schon im Weltall? Ich glaube schon Ich glaube, wir haben es schon fast geschafft Oha, wie toll sind die Preise? 50.000, das billigste 75.000, okay 100.000 Okay, es geht bis 100.000 Okay, lasst ihr erst mal ein bisschen Coins sammeln Dann holt ich gleich die für 50.000 Aber es geht jetzt richtig schnell voran, Leute Ihr seht es So, 50.000 sind gesammelt Let's go Jetzt holen wir erst mal die hier Beigab Oha, die ist in der Hand schon voll groß Wie sieht das denn auf meinem Kopf aus? Oha, wie heißt die? Cloud Bubble Die Wolke einfach Oha Leute, die ist einfach größer als ich Und wir sammeln jetzt ultra viele Coins Hier mit einem Ding fast 500 Okay, Leute Ich habe die 100.000 voll Let's go 10.000 Coins Haut rein Oha, wie groß ist das denn? Die Disco Bubble Oha, ist die groß Sie sind fast so groß wie zwei Spieler Ich mache die Bubble erst mal weg Wo muss ich hin? Nein, nein, nein Nicht in die Hand Gut Okay, es wird weiter weg, glaube ich Nach oben Let's go, Disco Bubble Ja, es ist nach oben Ich hoffe, ich überlebe Und ich gucke mal, wie weit ich jetzt fliege, Leute Wir fliegen jetzt durchs ganze Weltall Mal gucken, wie hoch die fliegt Wie lange haben wir noch? Noch vier Sekunden haben wir Oder? Nein, ist vorbei, ist vorbei Ne, es geht unendlich Oho, das überleben wir nicht Okay, Leute Bis hier habe ich es hingeschafft Oh mein Gott Aufpasset Und jetzt, wir haben die noch auf dem Kopf Let's go, lass weiter nach oben Kommen wir jetzt zum Ziel Oh, hier geht's weiter Was ist das? Das ist eine Raumstation Muss ich hier reinladen? Hier geht's, glaube ich, rein, oder? Oh mein Gott Bin ich drin? Ey, was ist das hier? Das ist ein Chopper Hä, wo bin ich? Lol This is your bubble collection Oh mein Gott Das waren ja alle Bubbles Die Disco, die Kristall Die Wolke Emerald Diamant Gold Orange Lol, Leute Wir haben es einfach geschafft, Mann Diesen Portal Wo geht das hin? Oha, wir sind ganz oben Lasst euch das Portal Wo landen wir? Leute, wir haben es geschafft Lasst Like da Lasst Abo da Guckt euch diese Bubble ab Dann ziehe ich mich gar nicht mehr The Crank Pro Man ziehe mich trotzdem nicht an Wie sieht das aus? Lasst Like da Lasst Abo da Wenn euch das Video gefallen hat Und dann will ich sagen Geht's Geht's